ja hallo und ganz ganz herzlich willkommen zu einer weiteren runde workshop 3 ich bin ram und heute spiele ich zusammen mit dem floh eine runde 2 versus 2 ich spiele human und der floh spielt orc und jetzt wünsche ich euch viel spaß beim zuschauen so gucken was der von komischen namen hat und trotzdem guten ping es war ein japanese ja klar der zu komische zeichen gab da wir die stellen einfach die schrift um oder ist das nicht so weiß nicht kann man das bin doch kein computer freak also außer zocken ja ich weiß es nicht wenn es auf amerikanische das hat nur umstellen kann es jetzt bestimmt auf chinesische tastatur umstellen das wäre lustig warum dann könnte ich könnte ich chinesen flamen wenn ich mal gegen einen spiele wie willst du verstehe ich doch nicht jedoch wenn ich auf deren sprache schreibe die verstehen die ich wenn es keinen sinn noch gibt was ja ja so recht schade ich habe vergessen dass wir trotzdem eine andere sprache ist verstehst du ja ich habe vergessen dass die spiel jetzt wollte ich gerade sagen chinesen chinesisch spielte ich denn das geht doch hier in den dingen zu age of empires da kann man noch chinesen und mongolen und franzosen und was weiß ich was spielt acht spiel blademaster ich habe abgebrochen kommen soll ich hätte ich hätte gern mal den pantorn genommen aber das problem ist ich habe die tastenkürze mit denen nicht eingerichtet ja das problem habe ich mit nachtelf fällt immer ja mit nachtelf nachtelf ja nenn ich keine nachtelfen flame das tut mir leid aber männer können keine nachtelfen spielen das geht einfach nicht das ist ein bisschen mehr gold erforderlich du wirst schon das sagst du aber den lieb ja ich sag's schon aber ach ja hierfür unterbrecht ihr mich was ist das das ist doch die mit dem brunnen wieder genau ich würde sagen drei kleine oder zwei kleine krebs und dann die krebs und eigenen oder gegnerischen eigene nach erst mal ich habe schon ich habe schon klingen weiß das was denn nur hat und das ist das was ich mal schnell mein tau aus was ist das die zu arbeit na komm da bin ich ja mal gespannt die stadt unseres verbündeten wird wenn auch das zauberwort schon unterwegs da bin ich ja mal gespannt abgeschlossen sagt das zauberwort arbeit ist so fix mein schock ja ich habe mich hier gerade schon geprübelt scheiß habe ich echt schon wieder ein zu viele in der mine alter einmal mit profis zusammenarbeiten wie sieht es aus bodenmäßig was wie sieht es aus bodenmäßig wollen wir machen ja ich bin schon da also ja ich habe gerade bei mir drin gehabt immer putze ja alles gut ich muss mich auch erst mal werden wie gesagt der andere ist auch human also spielen wir morgen auf welchen gehst du zum blauen tatsächlich so wenig schaden er ist ein heilbrunnen hier darfst du nicht vergessen er soll nur unterheilen was das dann schon wieder aber ich werde dann mass caster spielen ja wir brauchen auch ein bisschen und brumms dann bringt mich bisher nicht bewusst gebracht denn du nicht hast er bringen ja nicht da bin ich ja mal gespannt also was heißt bringen jetzt aber meine speilbreaker klau nie mehr alles er jetzt auf 8 hier und du könntest in plüchern ja mache ich ja jede menge was du noch mal gespannt musst du also wenn sie ganz viel erbauen brauchst du einfach mit weiter damit zerlegst du ja so eine ganze armee auch geht da mir auf den zimmer er seine freund wieder darf naja was macht ein grand auf micro micro grand 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 ja ja ich schreibe ich an hier ich habe ein paar geile eilig und ich bleib mal da mensch ich schaue ihn rein nicht weglaufen hier habt noch was hat sich gelohnt das hat sich auf jeden fall gelohnt ich gehe trotzdem mal ganz kurz an den Brunnen hier runter ich brauche mal einen Tauch in dir in der Base der Mana absaugt kriegen wir das er nervt mich wir schauen ihn rein er na klar kriegen wir das hin komm machs Hauptsache ist fertig da bin ich ja mal gespannt hier ist ein gegnerischer grand ihr braucht meine hilfe er könnte auch unter zu dir kommen ne dreht wieder um was ist das diesmal die Stadt unseres Verbündeten wird belagert da geht man ja wir sind alle gegnerischen Grunts wissen hier aber ich habe mehr gepumpt ich habe nämlich mehr der haut schon ab äh du hast irgendwie keine Arbeiter mehr in der Mine wir haben alle kein Leben mehr das ist schön achso deine Arbeiter ne das ist nicht schön oh ich hab ja was ja komm wir gehen hinterher scheiß drauf ja gute Idee ja wenn der da unten ist kann er uns im Moment hier nicht viel anhaben jetzt Broto drauf hat kein Leben mehr gell da ist er voll drauf den hole ich mir ich habe keine Angst was ist das diesmal nicht genug Mana in den Kampf ich komme um dieses Land zu machen ich versuche den Shop ja erstmal Dornen zu machen und ein paar Grunts habe ich auch schon haben reportet oh der reportet voll rein ah scheiße das ist auch schon angeschlagen ja mein Arkmatch aber auch ja mein Pala ist da Gott sei dank ich kann es kaum erwarten was verlangt ihr von mir in Ordnung was verlangen wir von mir da bin ich ja mal gespannt ich richte gleich ein hier so kannst du da starten was ist das diesmal sauerstorf da bin ich ja mal gespannt ey was ist das nicht der Gefahr trotzdem ihr braucht meine was verlangt ihr von mir verletzten für den Ruhm auf euren Befehl nun macht John ich rieche Magie in der Luft wollen wir bei den an ihrem Brunnen gehen? ne ich würde es noch weiter fighten guck hier nun macht John was verlangt ihr von mir ja allerdings da geht es ganz schön Leben wieder hier das ist ganz schön nervig unsere Streitkräfte werden alle mal gespart ist meine Hilfe vernötig lastpflicht der Gefahr was ist das diesmal was auch immer ja mein Freund was ist das diesmal ich rieche Magie in der Luft auf den auf den auf den äh Boodoo Typen hier naja jetzt kriegt er auch noch ein Level ab das ist ja schade auf den auf den Blader naja oh dein Glück auf den auf den Zwerg oh mein Gott oh mein Gott Blader mach die doch alle ok jetzt zurück lass an den Brunnen den haben sauber nee den hole ich mir den das ist raus den hole ich mir die Magieströme sind heute lernisch die Blutelfen was ficht euch an da bin ich ja mal gespannt hab ich den noch verloren ich trete los was ist das diesmal nein ey warum geht's denn nicht oh oh was ist denn mit dem Brunser los das ist ziemlich verkackeierend es sind die ganze Zeit sind die gelaufen ja ey jetzt kommt er aus der Basis nicht mal raus guck dir den Idioten an und dann kann ich mir nachher wieder das Spatsche anhören dass ich zu wenig dass ich zu wenig Einheiten getötet habe den Brot geben aber jetzt trotzdem in den Rest oder egal welchen mein Armee ist da oh was kommt denn da den hast du Shadowhunt habe ich gekillt was auch immer Nein warum lebt denn der immer noch das gibt es so nicht was hält der aus na der ist auch schon auf Schluss verdammt jetzt habe ich das Hexen das gilt ja bin ich ja mal gespannt wo ich traue mich gar nicht zu fragen ob ich täsch dann mal kurz in weiter bin ich gleich auch in den 3 ich habe immer erlaubt es zu tächen auf das Schwein nein es war ein Eichhörnchen nein Mensch geht mal mit an die Front hier was ist das diesmal ich komme um dieses Mal verblähter pass auf da geht auf deinen auf deinen Hälften ja oh trotzdem das merke ich gar nicht das habe ich nicht jetzt gedrückt das war ich auf immer ganz woanders ich verteidige euren Namen ich komme um dieses Mal schade Pizzor ist raus äh Pizzor gefährlich und der Japanese Pizzor und der Japanese oh man du warst wieder Pizzor das ist Mist Entschuldigung warum ich weiß nicht ich habe extra Human gespielt keine Ahnung getötete Einheiten oh du hast zwei mehr wie ich das ist beschissen ey du hast 48 Einheiten erstellt nicht nur 36 finde den Fehler ach ich liest nicht mal ja komm lass einfach auf jeden Fall wir haben gewonnen genau und ich hoffe euch hat das Game auch ein wenig gefallen und wenn ja Daumen hoch bitte nicht vergessen in diesem Sinne bis zum nächsten Game euer Ram 3 3